Wir haben ein tolles Gewinnspiel für euch und zwar könnt ihr diese Asambeauty Box gewinnen und jetzt zeige ich euch mal was da drin ist. Und zwar einmal das Magic Finish Makeup in der Sondergröße und zwar ist dann 90 Milliliter drin, dann die Aqua Intense Hyaluron Cream und von Ahuhu das Intensive Care und das ganze läuft bis zum 29.04. und wir verlosen insgesamt drei Geschenkboxen. Alles was ihr dafür tun müsst ist den Asambeauty Kanal zu abonnieren und den Beitrag zu liken und zu kommentieren und das war's und dann viel Glück!